So, liebe Freunde, sagen euch die Namen Will Smith und Tommy Lee Jones was. Das scheint nicht der Fall zu sein, Gegenstimmen auch nicht. Ich erkläre es euch, die zwei beschützen die Erde vor dem Abschaum des Universums. Und heute Abend sind sie bei uns. Begrüßt mit mir die Men in Ballermann. Eigentlich wollten wir schon lange diesen schnöten Planeten verlassen. Aber zwei Dinge haben wir uns zurückgehalten. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Und die Faschingsparty des OCV. Die richtig geile Beach-Party. Nein. Beachies. Nein. Beach-Dreisung. 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 Die Beach-Boys. Beach-Boys. Beach-Dreisung. Beach-Dreisung. I can't live as a king But this will tell me It's right outside From us We never hear me It's time to tell me Oh, it's time to tell me 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 It's time to tell you It's time to tell me It's time to tell me Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das können Sie hier den ganzen Abend aus vollem Hals grünen und dabei nackte Foyer-Treppe rauf und runterwurzen. Wir meinen Fußball. Leider versagte auch die letzte deutsche Wunderwaffe nach der V2 Lothar Klinshoff. Wisst ihr eigentlich, was Christian Ziege zu seinem Trainer gesagt hat, als er verletzt vom Platz hummelte und Berti ihn fragte? Na, schlimm verletzt. Es geht noch. Mir ist nur mein Bein eingeschlafen. Was, Berti? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hier we go. O, Berti? O, Berti? O, Berti? O, Berti? O, Berti? 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 Volle Treffer, Volle Treffer, wieder mal ein Tor, jeder Schuss, ein Treffer, jeder Schuss geht rein. Volle Treffer, Volle Treffer, alle singen mit, und dieser ist ein super Spiel. Volle Treffer, Volle Treffer, wieder mal ein Tor, jeder Schuss, ein Treffer, jeder Schuss geht rein. Volle Treffer, Volle Treffer, alle singen mit, und dieser ist ein super Spiel. Ich hab gesagt, ich hab gesagt, ich hab gesagt. Ich bin ein Blaschlein. Ich habe mich nicht mehr so viel zu spielen. Ich bin ein Blaschlein. Ich bin ein Blaschlein. Ich bin ein Blaschlein. Man hätte Kroatien verloren. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie im Endspiel gegen Brasilien nicht gewonnen hätten. Welcher Kurate hat denn zuletzt die Tour de France gewonnen? Oder den großen Pals von Frankreich? Und wenn mangelndes Balltalent durch deutsche Tugend wie Teamarbeit oder Disziplin nicht mehr zu bewältigen ist, dann besinnen wir uns einfach auf andere deutsche Tugenden. Welche dann sind? Fleiß, Disziplin, Ordnung. Aufstehe. Vöchner Land, VoTCFrei! Aufstehen! VoTCFrei! Der McChensy! Und auf irgendeine Art und Weise finanzieren! Dafür hat OTV! Bauermann! OTV!